Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Wir hatten ja in der letzten Episode einen Kampf der ein bisschen peinlich war, weil ich vergessen habe die Munitionsart zu ändern, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen und wir sollen jetzt die neue Basis da infiltrieren, damit man diese tolle Superroboter da komplett deaktivieren können. Das Ding ist, ich war schon in dieser Basis drin, in einer Aufnahme, wo ich dachte ich nehme auf und ja, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Jetzt muss ich das nochmal machen, deswegen weiß ich schon was ich machen muss, zumindest zum Teil. Aber dafür soll das jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Ach ja, war ja klar, dass mir das mal wieder passiert. Witzigerweise war ich so ein bisschen mitten in der angedachten Episode drin und da war das Mikrofon deaktiviert. Da denke ich mir, oh geil, jetzt habe ich die Hälfte der Episode gemacht, ohne dass das Mikrofon an war und dann habe ich bemerkt, Ah, und die Aufnahme läuft auch nicht. Ah, naja. Ah, das sieht schon geil aus, die Welt. Und da unten ist die Basis. Oh, ich versuche es. Das ist doch ein Witz, oder? Sehr. Einmal da rein. Das wird jetzt dezenten Speedrun. So, die Kollegen sind da gelandet. Und wir müssen auf die leider ein bisschen warten. Hä, oder sind die schon draußen? Hm, die sind schon weg. So, jetzt werden wir uns mal um den Kollegen da hinten kümmern. Dankeschön. Und als nächstes hätte ich gerne diese Kiste da hinten. Die ist doch eh aus Plastik. Komm, geh weg da. Geh weg. Sehr gut. Was ist jetzt los? Na gut. Sophie mit... Tja, eigentlich wollte ich das auch ruhig machen. Und bei der angedachten... Episode hat das auch funktioniert. Ja, gut. Egal. Rein in den Lift. Na, nix. Oh, ich will dir nie was tun. Ja, ach da. Da hat jemand das Licht ausgemacht. Ja, da haben wir so tolle Ventilatoren, die wir hier abschalten müssen. Und da habe ich einen Moment gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was ich hier machen muss. Kannst du das für mich aufhalten? Nix muss nämlich da runter. Damit ich... ...deine Sicherung wieder kaputt machen kann. Sehr gut. Komm, auf da. Ja, boah. Nee, nee, nee. Die Schandhaltung hier. Erstmal hier alles mitnehmen. Perfekt. So, geht's mal bitte auf eure Posten. So, jetzt mache ich mal hier kurz einen Ablenkungsmove. Für eine Fertigkeit. Gut, das hat gar nicht funktioniert. Aber so ist. Ich glaube, hier musste ich nix machen. Nö. So, Schlussknacken. Nice. Naja, hier mal Patrouillen. Ach was. Stundenlang im Kreis gehen. Nice. Ich hab mit einem Kameraden gesprochen, der aufgrund der Fall war. Nice. Sittere. Ähm, einmal hacken. Ähm, G-Subprotein hacken. Aktivieren. Gut. Das war's schon mal nicht. Äh, achtzig vielleicht. Gut. Einmal das, einmal das. Sehr gut. Wo ist die Patrouille? Gerade da unten. Wir müssen einmal auf die andere Seite gucken. Im Urwald ist das wunderschön. Aber man verirrt sich so leicht. Wie das gibt's Karten. Theoretisch könnte man auch durch so'n kleinen Schacht gehen da hinten. Aber wir nehmen mal die Haupteingangstür. Die machen wir auch gerade wieder zu. So. Naja, das mit der hohen Sicherheitsstufe hier. Wollen wir mal noch sehen. Moin. Dankeschön. Kommst du jetzt rein? Ja, komm rein. Komm rein. Nix. Ich brauche eine Ablenkung. Kümmert euch um das Fee. So, ich brauche noch einen, der abgelenkt ist, den ich K.O. schlage. Für die ganz praktische Fähigkeit. Was sieht halt schon, in welchem Zeitalter Star Wars gegründet worden ist. Aber es hat was. So. Perfektu. Ach komm. Gut. Das sollte recht einfach sein. Ich will die Rebellen, die unsere Weifertruiden zerstört haben. Treib das ganze Dorf zusammen, wenn nötig. So, ich mach das jetzt nur. Nur für die Fähigkeit. Nice. So, dann können wir hier beschwatzen sagen. Nice, nice, nice. So, ja. Fertig. Komm, 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 komm. Nice. Und jetzt noch den Kollegen hier. Moin. Sehr geil. Und Verteidigung ist aus. Fertig, gut. Beziehungsweise, ich würde da gerne mal kurz ein Viertel machen. So. Gut. Dann werde ich mir das Foto machen. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Na gut, nix. Hol sie dir. Gut. Und tschüss. Ich bin noch gleich da. Oh, kein Stress hier. Wunderbar. Da ist er ja. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Droide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten. Dann dreht er den Rest der Viper-Droiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Kanto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampfdroiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheits-Hack. Er hat neue Funktionen. Ja, vielen Dank für die Nicht-Hilfe. Jetzt hat er da hinten die Leute entdeckt. Naja. Was soll's. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Oh, krieg ich hin. Moin. Äh, Kollege, komm mal her. Was? Ich höre, dass da oben steht, hat einer. Nice. Okay, er geht da rüber. Können wir uns um den Kollegen hier kümmern. Perfekt. Ah, bei dem Computer konnte ich noch nichts machen. Ey, moin. Zu einfach. Ja, weil du das nicht kannst hier, ne? Aber gut. Einmal nochmal hacken. Ähm, probieren wir die mal. Äh, 16. Das? Nö. Sehr gut. Krass. Äh, ich glaub, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Ich bin im System. Halt, wie die Stromgruppen verbleiben. Ah! 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 Oh, fuck. Äh. Nein! Nein! Geil, 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 geil. Ähm. Ah. Ah! Ich glaub, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Halt mir die Stromgruppe vom Reifen. Nein! 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 Ah! Da kommt noch mehr von denen! Äh, hey, Andy! Ich brauch hier unten Verstärkung! Wo bist du? Ich höre Bleistoffüsse. Ja, äh... Ich bin in der verschwenden Imperial-Basis. In einer Schlucht. Äh, im Dschungel! So. Ja. Gut. Ich weiß nicht, ich brauch nur das Urteil. Schon wieder? Fuck. Sehr gut. Welche Tür? Die da? Nee. Die Haupttür? Ach, irgendwo oben. Ah, toll. 3, 2, 1. Ach, doch. Ja, toll. Warte mal. Da waren noch Waffen. Komm jetzt! Wow, das... Gewehr ist scheiße. Äh... Du bist gut. Du nicht. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Das ist nichts. Doch. Wir sollten weiter. Wir stehen unter schweren Beschuss. Wir brauchen deinen Wifer-Droiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir plagen, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Kay, bring den Wifer-Droiden zum Hangar. Okay. Ja, einmal heilen. So, also bis hierhin hatte ich gespielt gehabt. Also bis kurz vor dem Kampf. Ab jetzt ist es wieder neu für mich. Äh... Keine Sorge, ich hab die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Okay. Mal sehen, wie der Kleine jetzt von hier dort abgeht. Na, Kleiner. Komm mal mit. Oh. Da wurde schon aufgeräumt. Noch. Ich hab schon das Gefühl, dass die... sich eben schnell wieder von selber umprogrammieren. Ähm. Ja, dann viel Spaß da, ne. Leute, ihr müsst auf das rote... Wird man sagen, auf das rote ist hier so. Bereit, nix? Shit. Fuck. Entdeckung, nix. So. Einmal schön alles markieren hier. Den Dude kann ich nicht markieren. Nice. Okay. Nice. Waren das alle? Okay. Wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Ihr hört auch nie auf zu reden, oder? Ja, komm. Ganz so schlimm ist es doch auch nicht. Ich glaube, das war's mit dem Planeten. Das ist die Frage, ob wir im Weltall gleich Stress kriegen. Oh, da ist schon wieder Party. Na, cool. Wir werden gesucht. Wir werden jetzt im Imperium entkommen, bevor du Bewertungen abgibst. Gut festhalten, Leute. Äh. Äh. Ja. Auswegen. Komm, 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 komm. Fuck. Scheiße. Seid ihr in den Hyperraum? Komm, 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 komm. Ah. Gedeck rekordiert. Ja, nice. Oh, krass. Das sieht ja geil aus. Aber die Frage ist... Will ich jetzt da schon hin? Oh, da wollen wir zuerst auf Tatooine. Hm. G auf Karte zeigen. Folgen. Ach, Leute. Äh. Tiefo Arbit. Tatooine Arbit. Auswählen. Ah, das würde ich mal hoffen. Na, komm, 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 komm. Na toll. So, ein Scheiß. Komm, 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 komm. Ah. Da will ich mal einmal die Ruhe hier haben. Oh, Headway. Und Pikeschiffe? Und Hunden. Die Pikes drängen sich in ihr Gebiet. Wie es aussieht, entlarmt sich die Spannung. Weißt du, es wäre schön, ab und zu einen Planeten zu besuchen, der kein Kriegsgebiet ist. Ja, schon. Ja, nee, wir tun uns da jetzt mal nicht einmischen. Bin schon sehr gespannt, wie sie Tatooine umgesetzt haben. Ja, I guess. Dass wir alle Trupps nur mit ihren eigenen Waffen ausgeschleimt haben. Ich mag den Kerl. Ich kann die Wahrheitsgehör dieser Geschichte nicht bestätigen. Er ist ein legendärer Schütze, Andy. Und wir brauchen ihn, wenn wir lebend aus Liros Tresorraum entkommen wollen. Hoss wurde von einem Provinzscheriff verhaftet, weil er Vaporatoren geklaut hat. Klingt nicht sehr legendär. Bei seinem Ruf war das bestimmt Absicht. Möglich. Was, traust du Jalins Leuten nicht? Ich traue niemandem. Oh, nicht mal mir? Hast recht. Ja, Gäste ist Wüste. In Ordnung, okay. Wollte ich da was machen? Oh ja. Und zwar bei Ionen. Stoß. Improvisierter Ionen-Modulkoversion. Stark gegen Schilder und Droiden. Ja, mach mal. Dankeschön. Oh, mit dir kann ich quatschen. Gedeek, ich muss zugeben, dass ich, ähm, als ich dich fand, schon überrascht war, dass du noch eine Uniform anhattest. Warum? Immerhin gab mir das Imperium täglich drei Mahlzeiten und jede Menge Spielzeuge. Ach ja, und dann ist da noch der Teil, wo sie dich jagen und erschießen, wenn du versuchst abzuhauen. Schön zu sehen, dass du es mir nicht übel nimmst. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber nicht darüber reden, was auf Kanto passiert ist. Okay. Sehr. Uh. Neues Spielzeug. Das würde ich gerade mal ausrüsten. Ausrüststügen. Hm. Verlangsamt, ähm, da habe ich jetzt schon eins von drei. Das ist jetzt Gesetzlosenhose und Tattoo-in-Revolver-Heldenhose. Weiter hat's grobe eine Jacke. Mal schauen, was wir dann hier so alles Schönes haben. Zum Käfen. Sandig. Sprich mit dem Sheriff. Okay. Äh, gut. Ist das normal, dass die Stadt so leer ist? Keine Ahnung. Aber sehr wachsam. Also, ich würde das jetzt nicht Stadt nennen. Das ist... Kleine Ansiedlung. Moin. Hallo, ich suche einen Typen namens Hoss. Mit den Routen? Für mich selbst. Dann ist es gerade schlecht. Ich habe gehört, dass ihr kommt. Quint? Sada Chuba? Chitinka? Umba Puma Kuna? Kionaka's Eldagin? Nicht mehr. Ich bin jetzt Sheriff, Quint. Sheriff? Sheriff? Ha 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 ha. Joy Bata. Chitinka's Eldagin? Watashi Haas. Da seid ihr nicht allein. Ha ha. Ihr kommt ein paar Tage zu spät. Er ist weg. A cool. Umba Graba Muli Ra on Isu Bas? Nein. Er hat in meiner Stadt geplündert. Ich habe ihn eingesperrt. Aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. War die Mühe echt nicht wert, noch nach ihm zu suchen. Haba Umba Wenta Noa Tinka. Kava Stufpono No Lía. Tatuil. Bata Chi Sanopata Kunopata. Tachaba. Amtakapa. Ihr werdet den Leuten ihr nichts wegnehmen. Stand Off? Darf ich mitmachen? Ah, schade. Oh, super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Lucha! Ah. Von der anderen Seite auch gerade noch irgendwo? Nö. Ja dann. Schieß. Mann, gehört sich. Echt jetzt? Okay, ich dachte da... Habt ihr hier oft mit denen zu tun? Ja, ist ein bisschen mehr gekommen. Ach, also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. Trotzdem, es ist keine Stadt hier. Ja, doch. Das Rot sieht schon geil aus. Du bist also auch hinter Hausher, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay. Und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Aber ich bin dankbar für die Hilfe. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Hoss wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich hab ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fang ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Ja, aber inwiefern macht es Sinn, ihn da hinzugehen, wenn sie ihn da gestellt hat? Warum sollte er da nochmal hingehen? Jetzt nur so von der Logik her. Naja. Mal kurz umgucken. Oh. Ähm. Ähm. Ich geh doch mal wieder. Wird den Fernseher ausschalten. Oder anderes Programm. Schade. Kann ich nicht mitnehmen. Also dann. Oh. So hell. So hell. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden. Ich will mich da noch ein bisschen umsehen hier. Oh. Und jetzt ein Podracer rennen hier. Hahaha. Ist das die Kantine da hier? Ähm. Ist irgendwie gar nichts los hier. Ah. Okay. Lokal haben wir hier nichts. Noch nicht. Eventuell kommen die noch, wenn ich hier weitermache. Oh. Das sieht so nach dem Platz aus, wo Gutis drin sind. Oh yes. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Lassen wir mal kurz die Karte an gucken. Sehr viel Nix hier. Was haben wir da hinten? Power Modul of Tattoo. In der Festplatte kann man tiefes Power Moduls beseitigt werden. Gar nicht. Fangen wir mal. Fangen wir mal zu dieser Farm da. Ich denke, ist das ideal für ein Boost hier. Die Welt. Mein Zinn. Kann jetzt auf der Grand Canyon sein. Nur ausgedruckt. So, bis da vorne sollte es sein. Hm. Sieht irgendwie nicht so wie eine Form aus. Was ist das eigentlich für ein Ort? So überleben die Leute hier. Wenn du was erwähnst, wir werden es aus der Atmosphäre. Äh, okay. Schräge Viecher. Geht sie weg? Glaub mir, ich will mich hier nur umsehen. Ich höre hier noch Gegner. Geht's da rein? Oh ja. Schade. Aber die Tür ist zu. Ich würde gerne mal oben drüber gehen. Und da hinten ist irgendwas abgestürzt. Das schauen wir uns doch gleich als nächstes an. Hm. Oh. Da in der Mitte. Das wäre jetzt ideal gewesen. Für den Hinterhalt. Okay. Überhaupt nicht gruselig. Was haben wir denn hier? Nee. Hey. Halt das mal offen. Ja. Falsche Munizion. Mach das nochmal. Kannst du das für mich offen halten? Okay. Das hat jetzt irgendwie gar nichts gebraucht. Ah. Gange. Gange. Das ist ja schon mein Anfang. Ja. Uh. Nice. Coole Sache. Äh. Wo war jetzt eigentlich diese andere Marker hier drin, ne? Die Tür ist jetzt offen. Moment. Hey. ND. Äh. Kein Hoss. Nur ein toter Kopfgeldjäger und ein Transponder. Wenn er noch funktioniert, sollt ihr uns zu Hoss führen. Äh. Okay. Ja. Schade, dass hier alles so verlassen ist. Eigentlich eine ganz nette Anlage. Nice. Uh. Geil. Gutis. Ah, das ist dann die Klima. Nette Schlafzimmer. Bisschen schlicht, aber könnte ich mir schon noch vorstellen hier. Nice. Ah, okay. Und jetzt geht's dann hier raus. Alles klar. Also gut. Schauen wir mal, ob der Transponder noch funktioniert. Ja, beziehungsweise würde ich gern mal nach hinten gehen. Aber ich seh grad. Liebe Leute, wir sind schon wieder an der Zeit. Ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Episode. Schauen wir mal, was da hinten ist. Und dann Hoss irgendwie finden. Aber cool. Jetzt sind wir endlich mal auf einem neuen Planeten. Und eventuell können wir es dann mit den Hutten hier mal ein bisschen besser machen mit dem Ruf. Weil ich glaube, das wäre jetzt hier auf Tattoo nicht schlecht. Das könnte ansonsten mit Pommes und vielleicht ein bisschen Stress geben. Das ist nur so eine Vermutung. Bis dahin. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.